Achtung! Authentic German Learning ist kein Videoprojekt. Nein, es ist so viel mehr. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an mir. Viele von euch kennen mich nur von YouTube. Aber es gibt so viel mehr, was ich dir geben möchte. Authentic German Learning ist vor allem eine Webseite. Die URL, wie man sich denken kann, ist natürlich AuthenticGermanLearning.com. Diese Webseite ist der Startpunkt für alle anderen Inhalte, die ich dir zur Verfügung stelle. Sie ist auch der Ort, wo alle deine Fragen beantwortet werden. Zumindest hoffe ich das. Und wenn eine Frage in der FAQ fehlt, dann sage mir bitte Bescheid. Ich habe diese Webseite so erstellt, dass sie dir die wichtigsten Fragen gleich beantwortet und dir viele Deutschlern-Ressourcen gut kategorisiert zur Verfügung stellt – nach Medium und Thema. Wenn du dir die Menüleiste anschaust, erfährst du, wie du anfangen kannst, worum es geht, wie du AGL auf den sozialen Medien hinzufügen kannst, was die besten Deutschlern-Ressourcen sind, meine neuesten Materialien zusammen mit der bereits erwähnten Kategorisierung und die Antworten zu allen Fragen, die häufig gestellt werden. Wenn du Geld in deine Bildung investieren möchtest oder AGL einfach so ein paar Euros zukommen lassen möchtest, dann gibt es den Online-Shop. Dort erfährst du auch, was die Authentic German Learning Akademie ist und zwar ein weiteres großes Projekt von mir. Ich erstelle einen Deutschkurs nach dem anderen. Derzeit arbeite ich an interaktiven Videos. Das heißt, du schaust nicht nur ein Video, sondern bist auch aktiv dabei. Du beantwortest Fragen und löst Quizze, sodass du auch sicherstellst, dass du langfristig etwas lernst und dich besser an eine Lektion erinnerst. Dann gibt es den Authentic German Learning Podcast. Dies ist eine hochqualitative Audioproduktion, die zu einem Drittel aus Themenepisoden besteht, geht zu einem anderen Drittel aus Episoden über einzelne Vokabeln und zum letzten Drittel aus Episoden über Redewendungen und Sprichwörtern. Für alle, die vom Podcast nicht genug bekommen können, gibt es auch das Authentic German Learning Radio, eine Audioserie für Deutschlerner mit ausreichend Hörverständnis. Ich schreibe auch viel. Neben den Kursen für die Akademie schreibe ich auch Artikel für den Blog und viele E-Mails. Wenn du dich zum Beispiel für meine Newsletter anmeldest, bekommst du mindestens einen Monat lang jeden Tag eine inspirierende E-Mail mit nützlichen Tipps. Außerdem bin ich auch auf vielen sozialen Medien aktiv. Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Pinterest. Je nachdem, ob ich gerade eine kreative Phase habe oder nicht, bekommst du zum Beispiel jeden Tag ein hilfreiches, inspirierendes oder lustiges Bild zu sehen oder ein kurzes Video. Schließlich gibt es Videos wie dieses hier, von denen ich auch schon Hunderte erstellt habe. Dies alles ist Authentic German Learning. Wenn du mich also nicht auf YouTube siehst, bin ich nicht weg, mache ich keine Pause. Ich arbeite nur an einem anderen Projekt. Ich mache dieses Video nicht, um zu prallen. Ich mache dieses Video, damit du auch meine anderen Projekte kennst und sie nutzt. Und ich mache es, damit du weißt, dass ich auch meine, was ich in meinen letzten Videos gesagt habe. Schau doch mal auf der Webseite vorbei. Nutze sie! Tschüss! Musik 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 Musik